So, okay, ich bin ready, Renni. Wenn du willst, können wir los und können... Ja, aber ich möchte dir erst noch etwas zeigen. Du möchtest mir was zeigen? Wie hast du... Wie hast du das gemacht? Ja, wir haben lange trainiert, war früher auch in der Tanzschule. Hä, wie geht das? Guck mal, ha? Ha? LOL Ah, wie LOL? Ja, Mann. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bin hier, um zu helfen. Ich bin hier, um zu helfen. Das sagen alle. Gehen Sie weiter, gehen Sie weiter, junger Mann. Ja? Gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. So, wir müssen los. Wir haben einiges vor. Wir müssen zum Theater. Komm, let's go. Die Animation war übrigens in der Kiste. Das war eine Überraschung. Oh. Nicht nur Halskraus und Frauenschuhe, auch in Frauentanz. Auch in Frauentanz. Ich meine, das steht dir ganz gut. Ich wollte mich zur Frau machen. Hm. Leute, ganz kurz, wenn ich Fehler in Division habe oder irgendwas falsch mache, dann bin ich sehr dankbar... Oh, guck mal. Sollen wir uns hier noch... Eine Suppe! Gibt's hier. Der macht ein Ei. Guck mal, der macht ein Ei, oder? Ei? Ja, ein Spiegelei. Ei, Äpfel, was hat der noch? Boah, ich sag viel Eiweiß an dem Ei, ne? Guck mal, jetzt ein bisschen Würzen. Ist auch Speckwürfel drin. Menschenwürfel. Mich würde jetzt mal interessieren, ob das Ei irgendwann mal fertig wird. Okay. Okay. Wollen wir warten? Ja? Ich habe ein paar Tage Zeit. Der gibt sich Mühe. Der macht die besten Eier der Stadt. Da musst du Zeit mitbringen. Der gibt sich echt Mühe, der Junge, ne? Jetzt noch ein bisschen Corona-Löffel an den Mund. Das ist geil. Komm, nochmal Salz. Das hast ja noch nicht gesalzt. Nur achtmal. Warte, ist noch nicht fertig. Rühren, rühren. Und? Probier doch nochmal, komm. Wir wollen die Kami auch gleichmäßig. Wie lange die wohl hier warten schon, die damen Schweine? Ich glaube, die Frau war, als sie hier anstand, 200 Kilo. Das ist eine Diätküche. Alka, Spiegel. Alka, ein Miro-Eck wird niemals fertig. Der lügt voll. Soll ich dir was sagen? Ja. Das ist nur gemalt, das Ei. Nein. Das ist nur gemalt. Das ist eigentlich ein Teil der Pfanne, oder was? Ja. Du verarschst mich doch, Eddie. Komm, er salzt nochmal nach. Boah. Nee, doch nix. Da gibt's Salz mit einer Idee Ei. Nicht so viel Ei, aber... Jetzt. Probier doch mal. Mmmmm. Klabbermann. Ja, und da kannst du dich da hinsetzen, essen und gleich hinten ins Lazaretten sterben. Das Corona-Ein. Aber du musst nur ins Lazaretten, weil du verhungerst. Das wird einfach nicht... Das stinkt. Komm, wir gehen mal los. Wir kommen in einer halben Stunde wieder. Der hört es gar nicht an. Was? Aber er will nichts zumachen. Na ja, nur ein Ei. Der muss doch bezahlen, um ein Ei anzugucken. Du musst hier mit Klopapier zahlen. Das ist einfach so. Du willst... 20 Minuten Ei angucken, geht das Klopapier. Stell dir mal vor... Das ist so spät und die Attraktion, wie einer ein Ei macht einfach so. Weißt du, weil es gibt nichts mehr im Fernsehen. Du lädst mich zum Essen ein. Haben sie dich schon gewählt? Ja, ich gucke 10 Minuten das Date an. Was vorher schon auf 5 anderen Tischen stand. Oh, ist das geil. Sonnen Mist, danke dir für 7 Monate. Scheiße. Ja, Mann. Krassi Karl, danke für 19. Vielen Dank. Und Florino, danke dir für 7 Monate. Oh, was denn das hier? Hä, wie aktivieren. Lord, was ist jetzt? Was hast du getan? Wer ist denn Manny? Oh, die sind verstorben. Das ist Wachpass... Hör mal. Oh, ich bin mir in der Panikmache. Lass es schon sehen. In ein paar Monaten weiß niemand mehr, was die Dollar-Grippe überhaupt war. Wie bei Y2K. Y2K? Na, du hast es wirklich drauf, dass man sich alt fühlt. Ich mach doch nur Spaß. Aber ich weiß nicht, das fühlt sich nicht so an, als würde es einfach verschwinden. Die Leute haben Angst. Und du weißt, was passiert, wenn die Leute Angst haben. Du machst dir zu viele Sorgen, Junge. Gib mir dein Hauptmoney. Ja, zwing uns nicht, dir weh zu tun. Vergiss es. Hättest es besser abgegeben, alter Mann. Hilfe! Kann wir helfen! Auf den Notarzt! Wir brauchen Hilfe! Bisschen bedrückend, oder? Bitte! Wir spielen das und das ist echt mit dem Virus. Junge, was ist das? Das ist hier mal passiert. Ja, aber die Dollar-Grippe. Und jetzt guck mal, was gerade in der realen Welt los ist. Ja, das ist ja das Komische. Ich war auch gerade kurz noch sprachlos. Und der Typ sagt eiskalt so. Ja, die Leute, die werden sowieso nicht heftig. Ja, wir werden das vergessen. Das wird alles aufgebauscht. Mhm. Laurinchen, danke für 13 Monate. Aber was ich gerade geil fand, sein Kollege wird abgeschaut und dann... Hilfe! Brauch, Hilfe! Ja, ja. Da sind die Emotionen, Leute. Ich will ja weg, Renni. Das ist ein ganz führlicher Ort. Okay, ja. Uiuiui, warte. Alter, da hat sie mir aber echt, muss ich ganz ehrlich sagen... Hey, was ist denn hier los? Gasmasken, Bitches! Auf 12 Uhr. Boah, bei Ehemann kommen bestimmt richtig harte Gegner. Wir sind ja ganz am Anfang noch. Ja. Ja. Man kann auch irgendwie in Scope gehen, wo sie... Ich weiß aber nicht mehr, wie es geht. Maustrad oder? Ne. Ne, vielleicht Maustrad drücken? Ich weiß das nicht mehr, wie es geht. Ich nehme jetzt die Pistole, Mann. Bisschen dumm sind die aber auch, so wie auf einen Zurennen, ne? Auf dem Mann mit der Waffe. Ah! Ja, ha! Oh Gott. Also der Reni und ich haben noch eine Challenge am Laufen, wir zuerst am Boden liegt. Oh, da sind die Waffen weg. Ich muss nochmal hier... reinhauen, ey. Boah, guck mal, der geht da hoch. Das ist eigentlich das maximale Level. Eine Frage an den Chat, ganz kurz, vielleicht kann ja einer helfen. Wenn der Reni und ich jetzt die Hauptstory in The Division abgeschlossen haben in Washington, kommt dann eine automatische Weiterreise nach New York oder muss man dann einfach einen neuen Charakter machen? Weil das würde ich sonst echt enttäuschend finden. Ich würde gerne dann einfach so einen nahtlosen Übergang haben. Achso, es geht dann einfach weiter, ja? Man reist dann nach New York. Geht weiter. Okay, nice, Alter. Danke, Leute, für eure Tipps. So. Und ich würde vorschlagen, am Sonntag setzen wir hier dann unsere Reise fort, Reni, ne? In The Division, wenn du Lust hast. Planwort für den Tag. Du bist gemutet. Freitag, ja, ich bin auf jeden Fall dabei, Mann. Freitag ist heute... Ja, wir können mal am Ball bleiben bei dem Game. Ich glaube, das ist gar nicht mal so scheiße. Also, dass wir am Ball bleiben. Ja, ja, ja. Aber ich habe herrlich gelacht, das hat richtig Spaß gemacht. Ne? Das muss auch sein. Das erinnert mich so an, wie ich alte Zeiten im Streifen waren. Nur in Washington, Reni, die Zeiten erinnern sich. Ja, die Zeiten erinnern sich. Die sind härter geworden, aber wir haben den Humor nicht aufgegeben. Boah, Junge, wie ich die alle hochnehmen, Alter. Ohohohoho. Oh mein Gott, was hat denn der? Boah, ich bin fast tot. Okay, ey, ich wäre der Erste gewesen, der draufgegangen wäre. Ich darf nicht vor Reni sterben. Ja. Hat der ein Geschütz, oder was, der Typ hier? Du kannst jetzt schon nach New York. Aber ich würde ja die Story ganz erleben. Ja, wir wollen das Step by Step. Wäre ja sonst doof, wenn wir jetzt einfach nach New York gehen und dann... Oh, schon dunkel, ne? Können wir uns einfach ausloggen, oder was? Was? Können wir uns einfach ausloggen, oder wie? Ja, wir spielen bis 21 Uhr weiter. Ah, 21, okay, okay, okay. Ich habe es nur allgemein gesagt, ja, ja, ja. Ja, ja, ich wusste jetzt nicht mehr, was 21, 20... Also ich habe neutrales Licht angeschaltet, Leute, und das ist jetzt so ein bisschen realistischer beleuchtet. Deswegen ist es manchmal so dunkel. Alter, die kommen aber auch... Haben die kein Leben, Alter? Stehen die morgens aufholt immer einmal. Kamal! Richtig Radau, Brüder. Oder Schwestern. Aber es ist schön, wenn wir die alle mitnehmen, weil das steigert unser Level. Maximales Level ist 40, okay? Boots! Vorsicht, hinter dir! Was? Uh! Blöde Sau, ey! Die war aber gut gepanzert. Da hinten ist noch einer. Nice! Schön! Läuft doch, Bruder! Bratan! Verdammt! Verdammt! Eine Taschenampel wäre cool, wenn man eine hätte. Scheißfähigkeit, die brauche ich gar nicht. Also René, wenn du das Spiel noch realistischer haben willst, ne? Ja. Dann geh mal... Warte, ich komme da hinten fallen. Geh mal in den Optionen, also Einstellungen. Ja. Mach mal Video. Äh, Entschuldigung, Grafik. Entschuldigung, Grafik. Und dann such mal den Punkt weiter runter, der heißt... Äh... Neutrales Licht, heißt der. Neutrales Licht. Neutrales Licht? Ist ganz unten fast. Okay. Dann aktivier das mal, dann hast du es halt... Das Licht ist halt dann realitätsgetreu, so weißt du? Wenn du dunkel... Wenn es dunkel ist, ist es dunkel komplett. Ist dich dauerhaft hell, so. Finde ich ganz cool. Oh, das kann ich eigentlich nutzen. Ich habe einen HDR-Monitor, lol. Geht das? Warte mal. Bestätigen. Oh, das sieht aber im Stream scheiße aus. Ja, auf meinem Monitor sieht es halt mega aus. Also man muss sagen, auf meinem Monitor sieht das gerade mega aus. Also auf OBS sieht es auch gut aus. Jaja, ich habe jetzt HDR aktiviert bei mir, weil mein Monitor unterstützt das. Und dann ist das Game deutlich heller. Warte, ich mache das mal wieder aus. Muss man sich echt mal... Ey, du kannst so viele Sachen einstellen, ne? Das ist so heftig. Also Respekt. HDR10, was ist das? Anwenden. Taschen kann man in die Pistolen bauen, okay. Okay, das... Also, okay. Ich mache HDR mal wieder aus. Aber warte mal, was stand da? Ah. Okay, interessant. Muss man mal in Ruhe gucken. Muss man echt mal in Ruhe gucken. Kann man mit den Rohstoffen denn auch selber was craften, wenn ich hier Titan und Stahl kriege? Oder ist das nur ein Rohstoff zum Verkaufen? Ich glaube, das ist sowas wie Schrott, den du dann verkaufst. Okay. Also, ich habe das Game lange nicht mehr auf der Agenda gehabt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin echt positiv überrascht. Auch wenn es wirklich halt dieses Grinden ist. Aber es macht halt brutal Laune. Also, alleine glaube ich, ist es nicht so cool. Ich freue mich halt schon, wenn wir mal so in einen richtig schweren Raid reingehen müssen. Okay, jetzt haben wir hier... Ich bin hier bei der Mission, ne? Soll ich starten? Ja, ja. Wie starte ich die? Ach, Kampftaktiken, das interessiert ja gar keinen. Äh... Einsatzoption? Ja. Story. Spieler suchen. Aber, hä, warte mal, wir sind doch... Kann ich die denn jetzt suchen? Erst starten. Muss ich einfach reinlaufen mit dir? Vielleicht? Ja, da rein oder was? Ja, oder? Ja. Ja, geht los. Einfach rein da. Man kann craften sogar, sagt Kneterhemd. Echt? Okay. Alter, wie sieht es denn hier aus? Oh Gott, hier sind schon welche. Aufpassen. Ey, wäre geil, wenn wir einen Schalldämpfer hatten. Warte mal. Ja. Würde mich mal interessieren, ob das geht, ne? Warte, ich wechsle mal mit meiner Waffe. Warte, noch nicht schießen, Renny. Warte, warte. Wenn die zusammenstehen, ist natürlich... Ich hab ne Waffe mit nem Schalldämpfer. Soll ich mal prob... Hat die nen Schalldämpfer? Warte, ich kann mal gucken. Nee, man kann... Nee. Du kannst die Waffen auch alle einzeln nochmal überarbeiten, ne? Alter. Okay. Slot 1. Und Slot 2. Hat mich gesehen. Echt? Scheiße. Okay. Warte, warte, warte. Bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Aber hier kommen wieder welche. Oh mein Gott, die hat zwei Schuss und dann musst du nachladen. Fuck. Kommt wieder John Rambo. Was ist das denn? Ah, yo. Selbst kaputt gegangen. Dumme. Kann man das nicht kaputt machen? Es flackert dann so, ne? Es flackert dann so, ne? Es flackert dann so, ne? Es flackert, oder? Ja. Ja. Was ist das denn hier? Kannst du die Granate auf... Ah, ich hab schon zwei. Ich hab eine genommen. Ich hatte nur eine weggeworfen. Ja. Du musst ab und zu auch mal deine Waffen switchen, damit du dir eine stärkere nimmst, ne? Weil du musst mal gucken. Hast du diese Impulsgeber jetzt aktiviert? Hab ich die aktiviert. Ah, okay. Deswegen sehen wir die. Schöne Granate rein da. Bats, Junge. Oh, geil. 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 Oh Gott. Steu aus. Okay, ich hab die. Ey, liegen halt so viele Ölfässer rum und so, wo du draufstehst. Ey, was ist denn das für... Was ist das denn hier? Ach, das ist Wasser. Der Boden ist grün, oder was? Oder ist das verseucht? Hä? Das ist dieses Grünzeug, was sich dann immer so ansammelt. Moose, ne? Wie heißt das? Das ist für mich so ein Grünspahn. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Grünspahn? Ja. Der sitzt doch bei der CDU. Das ist halt in Essen. Grünspahn. Hä? Ist das bei den Grünen? Der macht ja keinen Sinn. Aha. Ja, der kommt. Mist. Der Knotenpunkt. Es ist die Division. Ausfeuerwehrmann. Mach auf. Was ist das? Algen. Oh, geil. Okay, warte mal. Ich wechsle meine Waffe nochmal, weil die Schroffeln dieses Kacke. Kannst du das im Inventar machen noch? Jaja, einfach I. Und da hast du immer so einen Wert, ob die gut ist oder nicht. Wert. Hehehehe. So, warte. Ich glaub, ich nehm die, die, äh, die hier. Ja, ist besser. So, jetzt hab ich nämlich... Jetzt können wir da richtig reinholzen. Was ist denn das für ein Gebäude hier? Konferenzcenter. Boah. Den Schalldämpfer nicht. Nee. 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 Ich bin vor der Feuerwehr. Haben sie Beschwerden? Hier. Kommt's halt mit deinem Köpfchen. Oh, oh. Äh, das ist ein Sniper oder sowas, ne? Ja, irgendein, so ein, so ein Laser-Kram war das. Oh, aua. 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 Ja, ich hab ihn, hab ihn, hab ihn. Okay. Ja, wenn man Deckung arbeitet, geht das voll klar, Mann. Totland. Oh. Hä? Ja, was? Oh! Hehehehe. Junge, Alter. Hau nicht mal die hellsten Kerzen hier, die Leute, ey. Mit Glück, sind wir schon achtmal tot. Aber haben wir irgendwie einen leichten Schwierigkeitsgrad eingestellt oder sowas, oder sind wir einfach zu gut? Ich glaube, er hat zwei Dricks. Ja, ich glaube auch. Ist schon heftig, was sie entgegen... Boah, die sind teilweise auch echt schwer, ne? Ja. Wir reißen das auch schon hier, ganz ehrlich. Bisschen OP, ja. Muss ehrlich sagen. Boah. Uh, Leute. Tja. Wundert ihr euch? Ist auch die Hand des Gottes hier, wisst ihr was? Ich hab alles gemacht. Kaputt. Ja, kaputt gemacht. Ja, kaputt gemacht. Sie hat sich den Kopf gedreht. Hallo. Alter, Renni ist immer so ein One-Tapper, ne? Fällt mir mal auf. Ja, das ist, ähm, in Salzen, damit er nicht verzieht. Okay, wie sieht's aus? Alle außerhalb eines Umfeldes... Kommt ihr hier angefahren? Was? Oh, eine Sprengladung kam hier angefahren. Wie eine Sprengladung kam hier angefahren? Ja, wie auf so einem fett, fett Auto. Was? Ja. Das waren die Bösen. Weil sie im feindlichen Gebiet liegen. Nicht nur das. Die Überschwemmungen haben viel Schaden angerichtet. Besonders unterirdisch, wo ein Großteil... Ach da. Unterirdisch. Moment, Moment. Ist das ein hart gepanzert da hier? Oh, der ist stark. Da hat jemand nachgeholt. Oder auch nö. Espinosa's letzte Position ist ganz nah. Der Schildknoten ist nicht weit. War doch nur noch Sprengladung. Wie ist das denn hier ein gesteuertes Böhmchen? Wir müssen zur Espinosa, Mann. Rein hier. Espinosa. Oh, da ist Munition. Das heißt nichts Gutes. Ja. Aber ich will mal so eine richtige schwere Quest. Ist ja noch Pilifatz hier. Der mit seiner Soppen, mit seiner Brille da, die du im Gesicht hast. Müsst du mal hier runter? Sieht schwer danach aus. Mal runter. Ah! Und? Dann müsst ihr runter. Komm runter. Steuern. Ich hab's aber auch nicht begriffen. Security. Ja, was war denn das für ein Gebäude? International Trade Center. Okay. Was wurde denn hier getradet? Ja, ein Handelszentrum. Alles mögliche. Sind das halt Originalgebäude? Oh mein Gott. Sind das Originalgebäude aus Washington? Stimmt. Oh, da aue erstmal schon eine Nate rein in die... Oh, die Nate war scheiße. Ah scheiße, ich flieg in die Luft. Oder nicht? Hast du die? Da kommt der nächste, Hannes. Ja ja, ich hab die. Die Waffe ist ganz schön stark, wenn man trifft. Wenn man trifft. Du bist auch ein Nahkampf? Boah, hier ist alles so grün. Da ist der Knoten, Renni. Den müssen wir hier raus operieren. Hier vorne. Der Knoten ist geplatzt. Also. Komm mal hier auf, ey. Vorsicht, das rutschig, ne? Hier siehst du ja. Ah, uh. Oh, das ist auch sehr gefährlich mit dem Stromkasten. Wasser am Boden, also. Wo haben die uns denn hier reingeschickt, ey? Oh, warte mal. Hier ist eine Kiste, Renni. Wie kommt man da rein? Wie kommt man denn an die Kiste? Ja, warte. Zurücktreten. Keine Ahnung. Weiß nicht. Der ist von der anderen Seite. Oh Gott, Junge. Was? Was denn, Mann? Ich stumpf einfach. Ey. Was? Was denn mit dem hier alle? Der simuliert. Ist das Espinoza? Oh. Jetzt sind wir alle töten. Fitspannen. Ey. Warte mal, guck mal, guck mal. Der hier liegt auch schon hier. Das heißt, die werden alle geklont, Alter. Der Virus klont die Leute. Oder es ist irgendwo ein Labor. Mist. Unterirdisch. Unterirdisch. Scheiße. Kommen wir hier rum. Ich drück da alles, was ich hab. Aber das ist irgendwo ein Labor. Ja, kommen wir nicht rüber. Kommen wir nicht rüber. Oh mein Gott. Was müssen wir denn hier machen? Warte. Eintritt autorisieren. Aua. Ich hab das nur. Oh, was abfallen lassen. Was ist denn hier drin? Da sollte ein Terminal sein. Das sieht sehr einladend aus. Da ist ein Computer, Reni. Geh mal da dran. Du bist doch Fachinformatiker. Ich bin Fachinformatiker. Ich werde jetzt nochmal... Ne, das ist eigentlich Syphist. Was ist das hier? Warte mal. Hier ist irgendwas Großes zum Plündern. Eine Waffe. Ja, da sind irgendwie ein paar Schuhe drin oder so. Oh, das sehe ich auch. Die Waffe. Soll ich schon mal auf den Knopf drücken? Ja. Ich möchte daneben stehen. Oh. Alter, so mach ich mein Streaming-Zimmer einmal an, Leute. Ja, ne? Ja, ne? Jawohl. Alter, LG ist Spinoza. Warum habt ihr das gemacht? Keine Ahnung. Aber geil, dass wir es gemacht haben, oder? Ja, ich soll nicht so... Hauptsache. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen Agent Spinoza finden. Wieder, dann soll ich zu uns kommen, Mann. Ich glaube, hier regieren nur Frauen, ne? Ja, anscheinend. Wer ist der? Wieso senden sie auf diesem Kanal? Einer eurer Freunde hat mir eine Armband überspendiert. Er ist hier. Wollt ihr ihn sprechen? Ja. Da! 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 Dann ist wieder... Ach, wieder die Grove, hat wieder jemanden gefoltert. Okay. Ah, guck mal, jetzt kommen wir an die Kiste, Renny, siehst du? Ja, hab ich doch gesagt, dass ich das weiß. Die Hyäner sind wieder da. Wenn die Hyäner da sind, ist das nicht Gutes. Nichts Gutes. Wo müssen wir denn jetzt lang? Äh. Ja, ganz normal. Was geht denn da? Veteranen und Eliten. Oh, die sind noch nicht stark. Die machen wir lang. Junge, guck mal hier. Batsi, Junge, da kommt der Mini-Geschütz hin. Und dann wäre da richtig schön... Ah! Ja, easy. Oh, der Sniper, der ist aber... Hallo. Ah! Äh, ich bin... Äh, vom SCK. Oh, danke, Renny. Kein Problem. Was ist das? Da kommt so ein ferngeschultes Auto. Ja, das ist das bisschen... Ah! Oh mein Gott, ich sterbe. Das darf nicht passieren. Bau doch ab, Mann. Ey, da kommt so ne... Hab sie, hab sie, hab sie. Oh, danke. Gar kein Ding. Dafür bin ich da. Geht erst mal die Alarmalage an. Was denn? Der gehört mir. Du bist tot, dumme. Viel zu schlecht für mich. Oh mein Gott. Viel zu schwer. Ja, die haut ab, ne? Laufen da rum wie die letzten... Elektronisches Gerät. Das war echt so. Schießt lieber auf mich. Schießt lieber auf mich. Oh! Oh, die schießt auf mich. Oh mein Gott. Boi, Junge, mach mal... Mittlere Maustaste. Oh! Mittlere Maustaste? Was ist das? Gott, ich bin fast tot. Na, Kampf. Warte, ich muss mich heilen. Hör auf, du dumme Sau! Oh Gott! Wo bist du? Oh! Ich hab überlebt. Einmal Survivor! Hier sind noch welche. Ja, ich weiß. Ich hab jetzt keine Zeitfunkel sparen, Aris. Wachköpfe entdeckt. Nice, wir haben's. Ja, hier war doch noch jemand. Wer? Tod? Alle tot. Da haben wir wohl gekämpft, ey. Wo ist denn jetzt die Espinosa? Gegnerisches Funksignal abgefangen. Das ist eine Krankheit. Was? Au! Was machen die denn mit dem armen Kerl? Vielleicht hat deine Mutter wieder gekocht und er soll essen. Das ist immer schlimm, wenn sie gar nichts zu tun haben. Ich glaub, der Warschuh funktioniert nicht. Oh mein Gott! Ich bin noch gar nicht bereit zum Campen. Ich bin noch gar nicht bereit zum Campen. Warum rennen die denn immer in die Schussbahn sind die dumme? Ja. Ja. Ich glaub, das geben die uns unsere Skills aus und passt die an. Ist so gar nichts drauf, so. Oh! Da, ganz schön frech, die laufen immer so cool, ne? Ja. Rücke vor! Du bist gleich tot! Haldiger Scheiß, ey. Ja, ne, ich glaub wir sind an unsere Grenze gekommen. Nein, nein, nein. Du darfst, ich hoffe noch nicht, aufgeben. Reicht, wenn ich das mache? Einer noch, ne? Ja, rücke vor! Nach Brasilien! Ja, wirst du mal... Oh! Oh, ich hab mich übernommen! Ich brauche mich hier für Hilfe! Du leegst! Nein, aber fass! Oh mein Gott, ich auch! Ich genese gerade ein wenig. Ah, geh doch in Deckung! Oh, da ist ein Fettpanzer-Typ! Das kommt jetzt gerade sehr ungelegen. Oh mein Gott! Wir sollten erstmal die kleinen ausschalten. Ja. Okay, jetzt müssen wir den Fett noch ausschalten. Das ist gar kein Problem. Ich wechsle die Waffe mal. Ja, der sieht seine Panzer ungeteilt... Was macht er denn? Hat der Rückenschmerzen? Guck mal, der nächste Schuss! Wer hat das gleich für die... Er weiß, wo Scherzen sind! Hä, warum hat der sich denn hinge... Hä? Ja, der erkrungte sich von Lust. Ich weiß es nicht, der ist... Boah! Geh doch mal weg aus der Deckung! Du kleiner Blödmann! Gibt's hier nur ordentlich Loot oder was? Wenn die alte mal V... Achso! Hast du schon! Ja, alles gut wieder! V wie V-Mann, Alter! Das war jetzt aber mal knapp! Das war jetzt aber die härteste Challenge! Mensch, mein... So! Der so dick ist ja gar nicht! Hat einfach so ne scheiß Weste, ne? Jaja, der... Der hat... Gute Weste! Wo kommen wir denn jetzt hier raus? Ja, hier! Nee, was mach... Doch! So! Ah, du musst auf den Knopf drücken! Nee, ich hab das... Nee, ich hab das gehackt! Achso, ja, ja, gut! Nee, wir sind noch nicht einmal gestorben, der Renny und ich tatsächlich! Wir waren auch nicht einmal knocked oder so! Ja! Und alle lachen sich kaputt, die zu gucken, weil wir wissen, wir sind... Fälligste Stufe! Ey! Du leckst halt übelst rum! Ist irgendwas mit deinem Internet gerade? Nee! Upload, stabil! Bei mir läufst du die ganze Zeit auf einer Stelle! Hätte ich hier nicht sterben müssen! Egal! Wir müssen die holen! Eine? Ja! Hörst du mich, ne? Ja! Kann ich versichern, ich kämpfe und treffe! Was? Feige Sau! Damit kommst du nicht durch! Damit kommst du nicht durch! Damit kommst du nicht durch! Ich muss schön auf die roten Fässer schießen! Granate kommt! Und? Hier! Aua! Ja, das macht dir auch nur einmal die Sau! Ey! Oh! Ah! Das hat jetzt übelt wieder! Mann, 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 Mann! Habe ich ne Schrapp in der letzten Auge gekriegt, aber... Ich mache die extra, ich glaube, die wollen uns... 24 Monate! Zwei Jahre! Dankeschön! Komm da hin, gefetzt war ein! Einen noch! Ja! Kann mein Geschütz irgendwie nicht! Warte mal, hier! Komm schon wieder so ein Auto! Sag mal, wie viel haben die denn davon? Klingt antreff ich immer! Klingt, dass sie immer die Granaten auf dich schmeißen! Ja, warum eigentlich?! Ja, weil sie wissen... Sie sind leichter down! Vor allem J, danke dir für 17 Monate! Das Geschütz macht echt gute Arbeit! Das müssen wir nur noch den Typen da oben ausschalten! Super! Ja doch, das zieht ihm voll ab! Echt? Ja! Was macht der? Der heilt sich irgendwie hoch oder so, ne? Ne! Er schützt doch wieder ein Geschützlos! Diese Schlampe kann noch nicht bald sein! Verfolgen Sie sie! Was hat er denn gesagt? Diese Schlampe? Ja, wahrscheinlich! Mein Gott, aber die sind aber auch hier mit den Kraftausdrücken, ne? Da muss ja alles nicht sein! Das muss nicht sein! Das ist ein Skandal! Ganz ehrlich! So, das würden wir niemals sagen, du Arschloch! So! Du erf... Du erfahrene Frau! Oh, jetzt gehen wir hier hoch, Mann! Die Mucker... Da würde ich einfach ein Brett zerschlagen in der Mitte mit der Musik! Heute kommt wie du meinst! Ich bin ein bisschen eher da! Warte mal! Warte mal! Ob wir jetzt hier piepen? Ne! Auf die E-Sitz warten oder was? Ne! Der Feuerwehrmann muss regeln! Wir haben es geschafft, Renni! Alla! Das war verdammt knapp! Kojote neutralisieren! Ich habe nichts gesagt! Yo! Hallo! Aber schlecht! Oh mein Gott, die sind halt überall verteilt, ne? Oh mein Gott, die haben auch dicke Waffen! Boah, wie wir uns hier freikämpfen, Leute, Alter! Ja! Gar kein Problem! Fertig, sagt die immer, die Blöde! Dann krieg ich da eine Granate hin... Ah, ich habe keine mehr! Boah, ich müsste jetzt auch mal... Hab ich Down? Jetzt haben wir nur da hinten jemanden! Ja, das ist ein Sniper! Ja! Da hinten ist der Kojote, den müssen wir holen! Der Kojote! Ja, dann mal hin! Würde ich sagen! Würde ich sagen hin, ne? Ja! Ich komme hier nicht weg! Oh mein Gott! Vorsicht! Der Kojote hat noch einen Helfer! Ja! 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 Das ist doch nicht der Kojote-Anglie! Kennste den Film? Nur vom Titel! Drauf, lauf! Jo, Allah! Das war Kojote! Oh! Ich brenne! Ich lebe immer noch, Renni. Wer wird zuerst sterben? Du oder ich? Ja, ich hätte ja du. Wir haben einen Begleitungsdienst erhalten. Komm, ihr könnt doch da runter. Ist noch du, Renni. Guck mal. Da unten. Agents, ihr scheint, sie sind bereit für eine neue Fertigkeit. Kommen sie zur Lasis und wir gehen das an. Nein. Wie will das nicht? Weil sie sich da runter springen, Allah. Wie kommt man denn da runter? Ich weiß vielleicht wie. Da kommen wir nicht mehr raus. Ach, scheiß drauf. Wie hast du das gemacht? Ich komme nicht weiter. Wie hast du das gemacht? Ja, Steuerung am Kasten. Einfach hier von der Seite, genau. Ey, man kann ja jetzt nicht... Ist das dein... Das ist nicht real, das ist nur ein Plakat. Bitte sehen. Das ist wahrscheinlich. Keine echte Welt. Ja, das kann durchaus alles sein. Aber Renni, wir haben uns gut geschlagen. Aber wird das reichen. Au! Ein Kasten gebrochen. Weißt du, so ein Mega-Fight gehabt und dann bricht er sich die Beine, Alter, vorbei. Ich werde verhungern, weil ich nicht mehr beim Spiegeleimern anstehen kann. Boah, ist auch so ein Hunger, dass wir so ein Spiegelei angucken. Wir müssen doch mal gucken, wie es mit dem Spiegelei aussieht. Ja. Anders kann man es nicht... Gibt es auch eine Taste Chat, wo man das Head-Up-Display ausschalten kann? Weiß das einer? Achso, mit Tap hast du auch einen Nahkampf. Ah, okay. Nicht nur mit dem Mausrad. Boah, das sieht schon toll aus. Wenn wir jetzt zum Spiegeleimern kommen, da ist jetzt auch Salz in der Pfanne. Das ganze Spiegelei ist schon vergraben. Weil mein Nachsalz muss ja kommen. Da vorne bringen sie sich mal wieder um. Ja, ich scanne mal die Gegend. Was ist denn hier los? Doch, Köpfe liegen wieder frei. Oh, da hinten komme ich, ne? Ich habe gar keine Antwort. Haua! Haua! Habe ich... Alter! Komm, von allen Richtungen. Kann ich auch mal so schön üben für Lucky Five, Randy, ne? Wenn was Schüsserei ist. Oh, da soll viel geballert werden. Ja, ja, haben wir uns überlegt. Das ist geil. Ja, das soll ja besser werden. Deswegen viel ballern. Oh scheiße, ich muss mir eine Entdeckung begeben. Was? Kann ich jetzt nochmal heilen oder so? Ja, mit V. Ja, also gibt es irgendeine Tasse, wo man das HUD ausschalten kann? Für einen Screenshot oder so? Weil ich will gerne von Manni dem Feuerwehrmann ein Bild machen. Es gibt Eid, Auto Heid hat. Was? Hä? Machen wir... Ah, warte mal, doch, warte. Es gibt eine Einstellung, die würde ich gerne aktivieren. Stimmt! Da kannst du einstellen, wenn du nicht in der Schießerei bist, dass das HUD ausgeht. Das wollte ich haben. Aber wie machen wir das nochmal, Leute? Äh... BO? Was ist das denn? Doppelmonitor? Ich habe einen Doppelmonitor. Hat anpassen, hier. Aber ich will das... Ne, ich will es nicht. Ich will... Oh, Dennis, Kontrollpunkt entdeckt. Das wird... Ja, warte, 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 warte. Nicht da reingehen, warte. Wo mache ich das nochmal, Leute? Mystic Light? Zivilisten, die Scheine. Hat automatisch Ausblenden. Und nur hier vorne die ersten zwei, die hier rumstehen und den Zivilisten töten wollen. Aber das ist ja immer... Das ist doch... Oh, Mann, Mann, Mann. Hier ist hier und ein Fotomodus. Ach, lol. Es gibt einen Fotomodus, Alter. Mach mal da. Kannst du Fotos machen. Mach mal. Mit was? Mit... Drück mal Escape und dann steht unten Fotomodus. Ja, wie geil ist denn das? Reinzoom mit Mausrad, okay. Wo speichert er die Fotos jetzt? Wahrscheinlich irgendwo in so einer Ubisoft Ordnung. Ich muss auch mit Randy ein Foto machen. Ja, kann man das? Warte. Ja, wir müssen uns treffen, warte. Kamera um mich rum, tatsächlich. Schön. Freie Kamera fahren. Oh. Da, guck mal her. Vom Polizeiauto. Komm, die sich gehört. Ja, richtig. Hier vor dem hier. Guck mal, vor dem. Das ist schön im Licht. So, stellen wir uns mal schön hin. Ne? Dann drehe ich mal um. Warte. Andersrum. So. Warte. So, Escape. Fotomodus. Alter, Sanchez und Mendiras, Alter. Hä? Wo sind die? Ach da. Ja, Foto machen, Leute. Aber man kann gar nicht so weit rausscrollen. Oder mache ich jetzt gerade was falsch? Ne, so weit geht das nicht. Stimmt. Kann man auch irgendwie... Ah, das geht auch. ...setzen. Boah. Guck mal, Leute. Was für zwei Typen, Alter. Doch, das geht doch. Von weit weg. Wie denn? Mach mal Tab. Tabulator. Dann zurücksetzen. Kamera zurücksetzen. Ach, das sind ja auch noch Filter und so. Oh. Oh, das ist krass. Okay, nice. Ein bisschen weiter, Sir. Sagst du, wenn du fertig bist mit den Posen und so, Alter? Kann man denn jetzt das Foto schießen mit Letters? Ich muss erst die Gilste machen. Okay. Ja, schön. Was für ein scheiß Foto. Schönen Rücken haste, Mann. Das wird gleich auf Twitter gepostet. Na das bitte gleich auf Twitter auch genau das Foto. Geil. Hier ist so einer, der auf so einer Reihe tanzt, weißt du? Ja, da ist er wieder. Hier rechts ist die rote Flagge. Können wir das jetzt einnehmen, da? Oh, was ist denn das? Alter, wie episch sieht denn das aus? Wollen wir das mal versuchen einzunehmen? Ja. Also es waren jetzt zwei so Lurchis hier. Abbruchgelände. Bei mir macht das Game richtig Laune, ne? Immer was zu sehen, so. Ja. Wir müssen hier reinrennen. Lass mal die Baustelle einnehmen. Boostelle. Sie F gedrückt, um das Leuchtstil abzufeuern. Verbindet in der Nähe. Okay. Mal hoch gucken, wie es aussieht. Wir sollten uns ganz schnell ein High Ground besorgen. Komm. Aber ganz schnell. Oh mein Gott. Ach guck sie. Hab ihn. Geht weg mit dir, Alter. Boah, Alter. Auto am Boden. Ihr Auto am Boden, welches Auto ist am Boden? Auto kaputt. Hä, was? Ich sterbe! Pass auf, nicht da reingehen! Ich liege, Renni! Komm! Drück V! Die Alte ist bei mir, mach was! Hilfe! Ich komm nicht raus! Ich komm nicht raus! Und jetzt! Hilfe! Hilfe! Ich lebe noch! Rette mich! Nein, ich war auch am Boden, aber du warst zuerst tot! Ja! Das ist der leichteste Schwierigkeitsgrad, wie wir festgestellt haben! Das machen wir jetzt aber nochmal, geil! Wie kommen wir denn da rein? Raus? Hä? Wie komm ich denn jetzt hier? Mit F sollte ich einen Wiedereinstiegspunkt wählen? Ich komm zu dir! Achso, du musst das machen! Du bist der Sitzungseigentümer! Wie geht denn das? Ich hab F gedrückt! Da ist eine Pistole, die da läuft! Ich weiß nicht, was das bedeutet! Ich geh mal zur Pistole! Das sind Verbündete, denk ich! Mach das mal und dann musst du, glaub ich, Leertaste machen! Das ist geil! Wir gehen einfach rein! Wir wurden so verwöhnt! Alle so leicht, die Gegner! Ja! Da läuft eine Pistole! Das sind Verbündete! Wetten, weil es grün ist! Okay, Renni! Wir müssen da wieder rein! Ich weiß! Ich bin drin, Mann! Bist du auch am Leben? Aber ich nicht! Ich bin Neustadtrücken! Aber geht irgendwie nicht! Haltet das Arschloch! Ich muss das jetzt nicht ernsthaft hier alles frei kämpfen! Okay! Alter, was denn das für ein Wetter jetzt? Oh! Schwer gepanzerter Feind erkannt! Wie schwer gepanzerter Feind erkannt? Ja! Oh! Wo komm ich denn jetzt hier an? Ich komm hier nicht runter! Ich bin reingepackt! Ich bin verpackt! Was?! So, jetzt komm ich! Oh mein Gott! Das klingt gar nicht gut! Oh mein Gott! Ey, diese Autos immer, ne? Aua! Sieh die Kugel fliegen hier raus! Er schreit Aua! Ey, da ist ein Fetty drin! Fetty? Ah, der war aber stark, ey! Mit ein paar Schüssen niedergeschreckt! Wo bist du denn mal früher? Jetzt werde ich erstmal ne Granate rein! Ich hab's schon noch zu voll! Komm, komm, komm! Wir machen Zugriff! Wir machen Carsten! Alter, das ist jetzt unser Gelände hier! Wunder hier, Alter! Jetzt unser Clubhouse! Wir kommen vom Konopka! Registriere zusätzliche Feindkontakte! Oh, noch zusätzlich? Ey, warte! Hier ist ein MG irgendwo! Wo? Wo war das? Guck mal! Ist das bei dir unten, Renni? Ne MG? Warte! Müsste genau unter mir sein! Achso! Ja, 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 ja! Hier! Warte! Von wo kommen die denn? Ich glaube, äh, haben wir ihn gerade da hier? Nö! Warte mal! Da! Was? Ach da! Gib ihn, Junge! Gib ihn! Hol ihn dir! Nice! Schwell gepanzerter Feind erkannt! Wo denn? Von rechts! Oh mein... Oh! Renni, du bist am, 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 am G, ne? Kann da durchschießen! Ja! Ja! Hör mal, wir sind die Schwarze Arbeiter und dann ist das... Der Zoll! Ihr Wichser! Wir arbeiten da weiter! Der Fetty kommt da hinten links! schon einige Hits macht der, Alter, ich glaub der ist verpackt ja, guck mal, der läuft immer links ich glaub der ist auch so ein Puste der kommt gar nicht näher, ne? das Wetter ist auch jetzt halt es ist halt gar nichts dann kommt doch, ne, ja gut, hier ist MG, würde ich auch nicht hinlaufen Tetti ist halt auch nicht dumm wollen wir den stürmen? ich glaub der ist ein Freund von einem Eilmacher, sonst stehen wir überhaupt noch hier wo komm ich denn jetzt da? komm, ich geh doch mal eben hin ja, ich komm mit, warte ist das der Günni? Günni? macht halt nicht alleine, der ist schwer, ne? ja, ja, ich guck mal eben ich guck mal eben boah, der rollt sich auch ganz cool weg und so der hat halt, also der ist halt, ne? oh, oh, aua, 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 aua Alter, wir haben das Gelände eingenommen, Renny boah, das macht Spaß war auch sehr sch... war aber auch ein bisschen schwer, muss man sagen Alter, das Wetter hier ist ein Vorratsraum freigeschaltet, wo? da drin irgendwo? rum? ne wo das Fragezeichen ist? Vollpunktofficer ist da, geil was kann der machen? weiß ich nicht, frag mal hallo? hallo? hallo der arme, die arme Sau hier in dem Regen ich kann den Ressourcen spenden, Wasser und Komponenten, bin ich gekloppt echt, geht das? ja, ich spende dir doch nix komm, ich hib dir mal Wasser hier gibt das nur für Alkohol aus der soll sich hier, äh, 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 oh nein, ich hab alle Wasser gegeben ja, du wirst verdursten, ah, es regnet du wirst nicht verdursten komm, wir gehen mal das Treppchen hoch, da warst du eben, ne? ja, ja, da ist nix mehr dein Hippie läuft hier rum Sammy, Sammy Baum, danke für 100 Bits guck mal, der denkt auch so, weiß er, er ist jetzt der King hier wir haben das hier eingenommen der Feuerwehrmann und der Andere ja, er tut das, als wäre er hier oh, guck mal hier, oh, guck mal hier LOL hui ey, das haben wir uns auch verdient, Alter, nach der Scheiße, ganz ehrlich in den armen Bürger im Bett, ne? ja, die soll man nicht rumheulen ich mein, wir sind die Agents hier oder? ja, alles geht noch hier in seinen Kopf da ist ne Mutantenkiste, ey Mutantenkiste, ja ich hab, wir haben alles, oder? da ist der Hut von deiner Mutter drin, ja, wir haben alles was hast du immer gegen, was, warum? hä, du hast damit, ja, ich setz das nur fort, dass du begonnen hast guck mal, da vorne sind Feinde in diese Richtung, ne? ja, da müssen wir hin guck mal, da unten ist ne Kiste hier oh, wie schade hast du dir mein, guten Abend schade, propane schade, propane so'n Dreckswetter Darin, danke dir für 1.000... was ist denn heute los mit euch? 1.500 Bits, man Darin, 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 Darin Dankeschön ach doch Alter, wieder... wieder Polen ja, was ist mit dem Shit los? wie bist du da runtergekommen? äh, Steuerung? alt ne, Steuerung, genau ein, hier Propaganda-Sendung, lass mal langsam hingehen, wir können mal gucken ja, kann man irgendwie... geduckt? äh, geduckt? kann man ged... ja, wie geht... ...verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt ich mach dann einfach kaputt wie geht das? Lautsprecher Steuerung F ich hab das ausgemacht, aber... ey, warum redet die noch weiter? das Ding da ausgemacht ich hab das nicht... ich hab das nicht... ich hab das nicht... so nicht... Ist das... Bringt Ihnen das Power oder was? Ich habe keine Ahnung. Boah. Zugangsschlüssel bekommen. Wem braucht die? Zugangsschlüssel entdeckt. Ah, warte mal. Ich habe eine Schlüssel und da muss ich jetzt irgendwas hier mitmachen. Ah, hier. Ah, wir haben jetzt die Lautsprecher-Dings kaputt gemacht. Okay, dass sie ihre Propaganda nicht verbreiten. Sendung wird wieder hergestellt. Die Sendung wird wieder hergestellt. Hä? Vielleicht senden wir jetzt. Ja, aber wir haben hier so ein rotes... Guck mal, oben die... Ah, da kommen noch welche. Siedlungsübertragung wieder hergestellt. Weil Feinde, aber ich kann die nicht sehen. Guck mal, auf dem Radar oben siehst du halt immer die... Ja, weiter weg. Okay. Wollen wir zur Operationsbasis zurück? Ja, was ist denn das Grüne? Ist das die Basis? Ne, was ist denn das? Stimmt. Blut. Blut aber so weit weg. Ja, ja, ich habe da jemanden gekillt. Aber übersehen, ne? Keine Ahnung, was ich da bekommen habe. Liegt das bei dir jetzt noch da? Was? Ne. Ich glaube, ich habe das für uns beide aufgehoben. Das hier. Achso, hier liegt... Doch, hier liegt gut. Okay, dann können wir ja weiter. Ja. Und wird alles hier erledigt? Ja. So. Das haben wir gemeistert, Alter. Was ist das eigentlich? Das weißt du aus was denn? Bis zum weißen Haus und so. Wie weit das ist. Das wäre halt interessant mal so, ne? Kilometerangaben oder so. Ja, so 1 zu 1, glaube ich. Oder? Meinst du, die haben das schon so? Ne, will das man weiß, wenn man hier zum Stabplatz wie weit das so sein könnte. Kann ich dir helfen? Nö. I got it. Was ist denn hier? Alter, das ist halt der übelste. Öffentliche Hinrichtung? Oh. Hier ist eine Hinrichtung, Alter. Ja, schnell. Das müssen wir verhindern. Oh, Hilfe, Renny, schnell. Ja, ja. Ich habe erst mal auf die Zivilisten geschossen. Weg mit denen. Aber wir haben wir, glaube ich, alle. Und, haben wir euch gerettet? Nein! Ich liege, Renny. Ne, doch nicht. Boah, beinah. Ja, da war war er. Ja. Was ist denn mit denen? Ich bin hier rot. Hier. Sammy Baum, danke schön. Gerne, gerne. Danke schön. Vielen, vielen Dank. Haben wir geschafft, Mann. Alle Guys sind gerettet. Ja, mal eben so, ne? Ja, schön. Wer ist auf was anderes von uns gewöhnt, Leute? Wir haben heute wirklich sehr gut geregelt. Oh, das Wetter, Junge, ey. Da bist du bekloppt. Du laufst alles schön in die U-Bahn. Ach nee, wir wohnen... Nein, wir sind ja im weißen Haus. Wir wohnen im weißen Haus, wenn ich bitten darf, ja? Öffnen Sie! Wir sind zurück. Welcome back. Sergeant Renny und, äh... Gefreiter, Werd. Ja, was für Gefreiter. Zeitfahrt. Da gibt's... Da gibt's... Oh. Sophie, hallo. Wie ist bei uns die Lage? Oh, Klopapier. So. Hier, die Kamera rein. Ich denke, damit ist alles gesagt. Wir müssen... Hä? Stadia Crossplay? Hast du Bock auf Crossplay? Geil. Ich weiß, was das heißt. Ach so, dieses Streaming-Ding, ne? Äh, warum ist das so ein gelbes Symbol? Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Das sieht gut aus. So, rein da. Wir müssen die Präsidentin sprechen. Operationsbasis verbessert. Tatsächlich. Wir haben insgesamt das Leben für die Menschen verbessert. Unsere Karte von... Renni, Alter. Können stolz auf uns sein. Für Amerika. Wir können euch in den Scham. Essen. So ein Ort zum Entspannen ist ein Gewinn für die Moral. Wir bekommen regelmäßig Nahrung, Wasser und medizinisches Material. Einen Teil davon behalten wir, um einen Vorrat anzulegen. Die Überschüsse werden an Zivilisten in Not weitergegeben. Kaum zu glauben, dass wir wieder sowas wie Überschüsse haben. Das Weiße Haus erwacht wieder zum Leben. Machen Sie weiter so. Wir wegen uns. Renni, Alter. Ich bin stolz davon. Ach so. Voll die epische Musik. Da geht es einfach aus. Für die Nation. Ja, dann würde ich sagen, hier setzen wir am Sonntag unsere Reise fort, Leute. Ja. Ingo Rensen und der Feuerwehrmann. War's gut? Ja. Ja. Es war mir eine Ehre. Es war mir auch eine Ehre. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Aber es war mir eine Ehre. Wie geht das? Mit Haar. Mit Haar drücken. Dann hast du denn wieder ein Maul. Nein. Dann immer. Nein. Okay. So. So, auslocken. Dann x2. So. Dann fallen.